Beide leider inaktiv. Okay, lass mal überlegen. Das machen wir vielleicht auch noch. Wie sieht die Zeit aus? Okay, das habe ich jetzt gar nicht vorbereitet, aber das ist, glaube ich, nicht schlimm. Das kriegen wir vielleicht hin. Das kriegen wir vielleicht hin. Enchanting Table, also verzaubert ich. Nehme ich mir mal einen. Dann brauche ich Redstone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acht Stück. Ja, ist doch doch. Acht Stück. Dann Silky. Silky Juwel, genau. Vier Stück davon. Von Gold. Ist doch Gold. Na gut. 1, 2, 3, 4. Und Emerald, also Smaragd da rein. So haben wir Silky Juwel. Mal gucken, ob ich das noch bevor Anbruch der Nacht fertig kriege. Aber ich glaube fast nicht. Ich glaube nicht. Ähm, Eisen. Excavator. Large. Wird eng, es wird eng, aber es könnte hinhauen. Na komm, fließt schneller. So. So. Hat da noch so eine Platte hier. Was brauchen wir denn noch? Ähm. Großes X und ja. Ähm. Großes X und ja. Da. Da. Ähm. Schaufel. Das. Eigentlich ist mir das völlig wurscht. Äh. Wo ist dann jetzt? Und da. So. Ein Eisenexcavator. Und der kriegt jetzt noch. Silk Touch. Wunderbar. So. Dann. Ein Safari Net. Oh. Mh. 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 Ok. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Mh. Mach ich das oder mach ich das nicht? Ähm. Kriegen wir hin. Mw man es halt noch gutes Glück. Wir können zum Glück schlafen gehen und welches Entonces was zeich auch los. So. Jetzt Stellen wir. Stellen wir hier. jetzt kann man mit diesem siegel rechts klicken halt nicht so schleichen rechts klicken so das ritual alter hat ein redstone kreis alter und zirkel liegt auf erde alter kann den mond ziehen alter genug natürliche erde alter ist in dunkelheit und zu früh noch erst mit der nacht genau opfer muss um mit der nacht sein das heißt mit erwarten wenn wenn die zeit reif ist ein der mond hier über uns direkt und zum anderen dieses siegel in meiner hand das leuchtet so ein bisschen dann ist es soweit dann können wir unser opfer machen meinem fall wird eine kuh werden warten bis mit der nacht wenn man ein paar minuten zeit das könnte ich in der paar minuten machen was essen das wäre nicht verkehrt das war was essen und meinen schlafsack holen genau dann können wir nämlich viel schneller schlafen gehen denn ich will das tag dann danach machen dann müsst ihr ja das schlafen halt du musst dauern so weg so ok was sagt die zeit noch maßen auf zeit stehen wir hier rum und warten nach schäfchen na gut dann können wir ja mal gehen hier erledigen zwei schaden gehauen ich brauche eine volle rüstung das jetpack da muss man auch langsam besseres ersetzen am besten mit rüstung das wird mal langsam zeit die zeit noch bisschen zeit aber immer noch das kann ich mal lange dauern nicht mehr lange so ich hoffe wir haben kein problem aber ich glaube nicht so lange schlafen können bei tag und wenn wir mindestens ein erdblock kriegen ist alles bestens da kommen wir dann nachtlos das siegel müssen auch gleich leuchten dann haben wir ein kleines zeitfensterchen da ist leuchtet jetzt so das heißt kuh hier oben drauf jetzt flüchte ich schlafe ich war auf diese erde sporen jetzt viecher massenhaft nachteil ist jetzt die erde brennt tagsüber darum beeilen war ja klar so ein bisschen haben wir erwischt lasst mich doch in ruhe so wir retten jetzt noch was zu retten ist es reicht ja immer noch wenn man eine erde mindestens hat dann kriegt man ja immer noch die wächst dann quasi dunkel nach von daher ist das nicht so tragisch okay ein paar haben wir ja immerhin so schön das gefällt mir alles klar wir haben alles wo auch über ein stack wo auch doch massenhaft so muss nur bei gelegenheit dass das loch flicken aber eigentlich aber eigentlich eigentlich fehlt gerade das sound vom jetpack aber naja gut ähm ich meine zu mir vielleicht eigentlich egal und eigentlich eher sowieso wenn ich das noch ein bisschen begradigen möchte weiß ich noch nicht mal gucken ok haben wir das auch geschafft so die erde kommt jetzt quasi hier rein ja aber das mache ich auf kamera ich will einfach nur den boden austauschen und die erde reinsetzen es muss dann natürlich dunkel sein damit das mit der flieger spawnen aber ich denke ich werde hier oben noch lampen reinsetzen damit ich die notfalls ausschalten kann den monster spawnen bei tageslicht verbrennt die hat man ja gerade gesehen aber bei anderem licht bleibt zur heile das muss ich aber genau erst noch ein bisschen nochmal austesten also machen das auf kamera so jetzt haben wir auch ein aktiv ein aktives siegel das finde ich klasse jetzt können wir noch was anderes schönes bauen das nicht erst mal zeuchten sicherheit bringen hier da komm weg ich habe immer noch so viele kisten obwohl ich ein computer system habe das ist unfassbar eigentlich das acht alles leben okay ähm nein das ist meine botanierkiste meine ramschkisten habe ich immer noch nicht leer geräumt war ja klar war ja so klar okay safari nicht weg das da einfach weg so denn wir könnten gleich drauf gehen so gib mir mal er hier hatte das da dann brauche ich was brauche ich denn eigentlich ähm Winx ich würde Winx haben Angel Invisible so eine unsichtbare hmm Dragon Winx vielleicht Golden nimm mal nimm mal Dragon Winx 2 und Stable Ingots ok ich habe ja nicht der Stern eigentlich hingeräumt 4 nö na gut ähm ich brauche Leder 4 Gold Leder Leder habe ich nicht drin Gold 1 2 3 4 4 Gold und den Bogen da weg ähm ich komme den Schlafsack weg 4 4 4 habe ich habe ich nicht den Gitterstern habe ich jetzt hier reingeräumt nein habe ich hier verflucht sei mein Kurzzeitgedächtnis die haben es hier reingeräumt da habe ich sie so viel Gold das da Leder hole ich mir hinten naja ich brauche noch äh noch 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 ähm Diamanten 2 Stück und äh 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 Eisen 2 Stück so ok so ihr müsst dafür eine normale Werkbank nehmen ne woanders funktioniert das soweit ich weiß nicht ok äh Leder in die Ecken Unstable Gold Leder in die Mitte ok äh äh was Eisen über Diamant ja so jetzt habe ich 10 Sekunden Zeit bis die Dinger explodieren Puh geschafft yay oh das sieht herrlich aus dem Texturenpack aus uh schick Moment ähm schick schick Moment Moment ich will ich will ich will gleich haben wir zusammen wir kommen